Jetzt noch. Einer hat gesagt, kommt zu einem, mein Schuhladen. Er hat einen Schuhladen, wir werden eine Change machen und wir spielen mit meinen Schuh. Der hat gesagt, ich habe einen Laden, Soulfood. Der hat gesagt, wir spielen mit meinen Schuh. Ey, wenn wir gewinnen, kriegen wir einen Travis Scott Schuh. Wenn wir verlieren, kriegen wir gar nichts. Ey Freunde, jetzt ist wichtig, wir kriegen einen Travis Scott geschenkt. Yo, Tickies, was geht? Ich hab... Warte. Ey, können wir die Foto machen? Warum geht die nicht? Schön nicht mehr. Was geht? Ey, erst mal was. Alles gut? Das ist der Philipp war das, ne? Ja, genau. Das ist der Philipp. Ich hab ein fettes Problem. Ich habe gerade meine Yeezy Slides verschenkt. Du hast deine Yeezy Slides verschenkt? Also ich muss mir auf jeden Fall schon mal gleich Yeezys holen, ja. Ich hab auch noch eine Überraschung für euch, Bruder. Ihr könnt einen kranken Schuh gewinnen heute, okay? Weil ich feuer euch. Ihr macht echt viel für die Gute und so. Gutes Behaltungsprogramm und so. Da können wir echt was Cooles machen auf jeden Fall. Der Chad kennt den bestimmt, oder? Travis Scott. Let's go. Das ist ein 2.000 Euro Schuh. Wir machen eine Challenge, okay? Jeder von euch kann ihn gewinnen in seiner Wunschgröße. Wenn ihr mich besiegt, zum Beispiel Basketball oder ich hab hier Tischtennis vorbereitet. Ich will Basketball. Ich will Basketball. Ich will Basketball. Chad, ich werde heute ein Travis Scott gewinnen, ja? Aber wirklich den kriegen wir, ne? Den kriegt die Rückhandel. Ey, ich bin in Basel verschenkt gesteht. Ein Mann, ein Wort. Let's go. 32.000 Euro? Der kostet 32 Riesen tatsächlich. Echt so? Schaut mal, Leute. Das ist ein... 32.000 Euro. Reicht der Arm fassen überhaupt? Nimm ihn an. Ich nehme dir die Hand, Bruder. Gerne. Shit. Das ist teurer als eine Rolex, ja? Was machst du, wenn ich jetzt damit wegrenne? Bruder, schwierig. Ich vertraue euch. Weißt du, jetzt ist ein paar Geschirrungs. Guck mal. Ich glaub dir mit Sicherheit nicht. 32.000. Ja, ist ein seltenes Ding. Was war da schon sein? Ich weiß es nicht. Das ist zu toll, bitte. Lass uns in Ruhe, John. Shit, der wird gleich geklappt. Wir machen jeder 5 Würfel und wer von den 5 Würfel am meisten getroffen hat. Wenn wir gleich sein Stünder kommen, werden wir nachher mal abwechseln. Ey, Leute. Es ist aber schwierig. Ihr seht den kleinen Basketball. Kommt da oben und diesen Ball. Schwierig ist es auf jeden Fall. Das ist nicht das Einball. Shit. Guck. Komm, komm, komm. Okay. Schreit mal ein bisschen. Schreit doch mal. Schreit doch mal. Was ist los, Junge? Was ist los? Der wird doch eh nicht treffen. Ja. Jürgen, lass das einfach. Fuck, ja. I get those goosebumps every time. I need to. Ja. Ey. Mein dritter Wurm. Ich will, dass Philipp gewinnt. Ich schwöre. Ey, ich werfe die ganze Zeit gegen die Decke. Was machst du da? Oh. Okay. Und weißt du was? Es geht um einen Travis. Und ich will den krass gewinnen. Deswegen. Oh mein Gott. Ich hör nichts. Ich hör nichts. Ich hör nichts. Nein. Travis. 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 Ey, die Decke ist zu hoch. Woher machst du da? Ja. Jordan. 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 Ja der schreit nicht, der schreit nicht ja? Okay Philipp, der ist für dich ja. Wenn du jetzt tristan, ist gegen die leichter. Es geht nur weiter. Come on. Ah capital. Ich hätte ein Travis Fort gewinnen! Jawoll! Wie spielen wir hier? Bis 11? Wolltest du bis 11 spielen? Bis 11? Du kannst du mal das Tisch der Spiel! Du bist schlecht! Komm Philipp, du bist schlecht! Oh Scheiße! Stark Philipp, stark! Stark Philipp! 1-0? Guck mal jetzt, das ist ein Turboschlag! Verdammt, verdammt! 2-2! 2.000 Euro, warte! Warte mal, warte mal, warte mal! Warte! 2 Riesen on the line! Schaff ich das? Die hören mich gar nicht scheiß drauf! Sammy verliert! Sammy verliert! Sammy verliert! Komm hol uns ein Travis, bitte! Komm Philipp! Ja! Chill, chill, chill kurz, warte! Für wen, für wen? Noch 1 Punkt! Noch 1 Punkt! 10-7 für dich! Komm mal! Thomas! Ja! Hey! Hey! Was ist los? 42, ne? 42! Ja und 43! Ich hab 2.000 Euro schon gewonnen, ich schon! Ey! Einen fetten W für Philipp in den Chat! Eine Hand wäscht die andere! Ja man, eine Hand wäscht die andere! Ey, ich hab einen 2.000 Euro Schuh! Ey, ich hab einen 2.000 Euro Schuh! Lass den einfach klauen! Wir sind wieder zu dumm! Okay, okay, okay! Pass auf! Den Schuh! Weißt du, der ist sogar noch ein bisschen krasser als der, den Sammy gewonnen! Der ist krasser, ne? Der ist ein bisschen seltener! Wieviel kostet der? Der ist so bei 3,2 bis 3,8 je nach Größe! Ich hab mal gesehen, dass du vor längerem mein Backflip und so gemacht hast! Weißt du, das kannst du auch! Klar! Für den Schuh mach ich auch zwei hintereinander! Wenn du einen Backflip schaffst, Bruder, dann kriegst du einen Schuh! Wenn du ihn schaffst! Wenn ich hier einen Backflip mach, krieg ich den Travis! Ich mach jetzt einen Backflip für Philipp! Philipp, wenn ich mir hier wehste... Dann kriegt er diesen 3.000 Euro Schuh? Ich, Jordan Dillmann, kriegst du diesen Travis Schuh! In 3.000 Euro! Oh yeah! Gib mir den Travis! Ich hab den Travis! Schau mal, Bruder, das ist deine Größe! Bitteschön! Leute, ein Mann, ein Wort! Das ist der Schuh! Schau mal, Bruder Herr! Also... Sammy und ich hatten einen kleinen Plan! Ist das mein Schuh? Das ist mein Schuh, Bruder Herr! Nein! Ich krieg nur Scheiß im Leben, ja? Ich tatsächlich auch! Unser letzter tatsächlich! Ist ein geiler Schuh! Ist auch super interessant! Ist eines der meist gefälligste Schuh! Hey, geht, geht, geht! Geht, geht, geht! Geht, geht, geht! Geht, Jups, geht! Moody, Moody, Moody! 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 Warte, warte, schau! Schau, 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 schau! Mein Schuh ist kaputt! Fahr, fahr, fahr! Fahr, fahr! 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 Baby! Philipp! Verarscht nie wieder Jordan, Captain, American, Thomas Müller Prime! Diese Schuhe sind meine! Und jetzt fahr wieder nach Bochum! Verarscht mich nicht, Juni, ja? Verarscht mich nicht! Verarscht mich nie wieder mein Leben, ja? Der holt Polizei, gell? Der soll Polizei holen, Bruder! Warum hast du das jetzt? Nein, ich hab mein Handy vergessen! Ruf schnell Simian! Ruf schnell Simian! Ruf schnell Simian! Travel-Scout-Schuhe! Wenn du einen Backflip machst, dann kriegst du Travel-Scout-Schuhe! Hallo? Gib mal Jordan! Bruder, gib mal Jordan sofort! Wer einen Backflip macht, der kriegt einen Travel-Scout! Und ich hab 32.000 Euro Schuhe! Und ihr nicht! Wenn du einen Backflip machst, dann kriegst du einen Travel-Scout-Schuhe! Dann kriegst du einen Travel-Scout-Schuhe, ja? Ey, ich mach jetzt, glaub ich, einen Laden auf, da verkauf ich die, ja? Ich glaub, das ist deine gute Idee! Bye-bye! Chat, oh mein Gott! Ey, wir müssen die gut aufbewahren, ja? Chat, die kosten 32.400 Euro, ja? Woher fahren wir jetzt, Leute? Fahr nach Bochum, Junge! Ich will weg von München, fahr nach Bochum! Ey, 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 Sammy, Sammy, Sammy! Renn auch weg, renn auch weg! Du hast die Travis, renn auch weg! Renn weg, renn weg, renn weg! Ich komm hier nicht weg, Junge! Ich komm hier nicht weg, Junge, ich komm hier nicht weg! Scheiß auf, Sammy, Bruder! Ich wollt eh schon immer alleine, Junge, ich schwöre! Ey, fahr nicht zum Laden, Bruder! Der ist da, der Philipp! Philipp Morris, Junge, ja? Hast du keine Schuhe mit, ey? Hahahaha! 32 Euro Sneaker! Und ne Brille! Ey, warte mal, halt mal kurz hier rechts an, bitte! Ich hab mal ne kurze Frage! Achtung, Achtung, Achtung! Was denken Sie, wie viel kostet dieser Schuh? 32.400 Euro! Und den haben sie nicht! Was glaubt ihr, wie viel kostet dieser Schuh? 32.000 Euro! Ey, in Wem, in Wem, in Wem, in Wem! Was glaubst du, wie viel kostet dieser Schuh? 25.000 Euro! Ey, nicht anfasst, das ist meiner! 32.000 Euro, Bruder! Ich bin Millionär voll fair! Ey, mein Schuh! Ich hab nen Schuh und du dich! Jetzt mal Spaß beiseite, ja? Was sollen wir damit machen? Die wurden anscheinend noch nicht getragen, hier ist Papier drin. Als ob ich so ein Affe wär, ja? Uh, 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 uh! Ey! Aber ich find den nicht so geil, ich verkauf den einfach, Chat, ja? Ey, will den einen haben? Ich mach billiger! Ich mach 10k! Ich schwöre, ich mach 10k! Idiot! Du Idiot! Ey, mein Schuh! Du, deine Schuhe! Ey, der hat die Probleme gemacht! Schwör? Hat der das gesagt? Ja. Wie der hat das gesagt? Ey, das geht nicht wohl, die Polizei! Ich hol auch die Polizei! Bruder, dann soll der mich nicht so verraten, oder? Ihr habt den nix vertragen, ich festgehalten! Bruder, ey, der hat mir gesagt, du kriegst ein Travis! Boah, das sind 30.000 Euro Schuhe! Schau mal da auf, Bruder! Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Ich hab doch 2.000 Euro Schuhe gewonnen! Wo sind meine Schuhe? Oh, Chat, Chat, Chat! Ich liebe euch, ja? Double die Wii und ein Applaus an ganze Team hier, Jungs, ja? Ich küsse euch alle! Und jeden einzelnen von euch! Und jeden einzelnen von euch, Bruder! Ey, wir müssen die Schuhe zurückbringen! Was machst du da, Bruder, ja? Freunde, ich hoffe, das Team hat euch trotzdem gefallen! Ey, Freunde, ich bin morgen auf Basel gespannt! Ich bin gespannt, was ich morgen klau! Bruder, lass mal, was machst du damit? Fass die nicht an! Wie, fasst die nicht an? Bruder, das kostet 32.000 Euro, Junge, ja? Weißt du, was das Ding ist bei den Schuhen? Weißt du, was er mir gerade gesagt hat? Sobald man einen Fuß reinmacht, er kann direkt 5.000 Euro Wert verlegen! Wenn ich meinen Schuh da reinpacke! Wenn ich meinen Fuß da reinpacke, ist 5.000 Euro weg! Wolltest du helfen? Bruder, hör auf!